Was ist die erste Analyse von dir? Claude Fiegerwinter, Knopflohren, enges Spiel, 5 zu 3. Die erste Analyse von dir, woran hat es gelegen? Schwierig. Ich habe das Gefühl, wir haben solid gespielt, aber wir haben gegen Weiler die Details zugelassen, die gegen Weiler nicht zulassen dürfen. Und das ist wahrscheinlich einfach der Unterschied gewesen, die Details. Mir denke, im ersten Drittel gab es überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Was haben Sie auf das zweite Drittel gestellt? Das ist wahr. Ich musste meinen Leuten Dampf machen. Aber ich glaube, der Unterschied war, dass man viel aufmerksam war. Dass man versucht hat, den Kopf zu bewegen, zu wissen, wo die Spieler sind. Und dementsprechend konnte man schneller reagieren. Jetzt ist ja Nazi-Pause. Ich nehme an, trainieren Sie trotzdem. Was würdest du jetzt gerne den Fokus auflegen in den nächsten zwei Wochen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach weiter an den Details arbeiten. Und dass wir einfach, ja, Freude halten am Spielen, genau. Das haben wir so jetzt in den letzten zwei Spielen gehabt. Das müssen wir einfach weiterziehen. Dass wir defensiv wollen blocken, wollen arbeiten, aber vorne auch die Gole machen. Und einfach Details verbessern. Wunderbar. Besten Dank. Und trotzdem noch einen ganz schönen Abend. Danke. 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 Danke.